wieder einen schönen Widersatz zu Plinidcraft Ores, jo so, ich habe jetzt gerade eine kurze Pause gemacht zwischen der letzten und der jetzigen Folge, wir wollten mal Raketentriebwerke machen, ne, das ist noch richtig was, erstmal mischen wir Iridium gehen, Iridium, da haben wir jetzt eine volle Filmeyer, eine Zwischenbase hier bauen, und nein, ich kann immer nicht, ich bin, ist eine Folge, die immer nicht auf Kommentare eingeht, falls Kommentare da sind, entschuldigt es bitte, ich habe jetzt zwei Wochen im Vorderen aufgenommen, weil ihr einfach mal ein bisschen Puffern wollt, und alles, was jetzt kommentarermäßig kommen, in den letzten zwei Wochen, alles spätestens ab jetzt wird, oder kann ich berücksichtigen, normalerweise Silizium, lucky one, okay, dann holen wir uns jetzt mal, alles was jetzt dann gekommen ist, oder jetzt kommt dann noch, dass ich erstmal pausieren, ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen Pause machen, erstmal wieder ein bisschen, Ding, alles was jetzt letzte Woche gekommen ist, also letzte Woche kommentarmäßig gewesen ist, werde ich berücksichtigen in der nächsten Aufnahme dann, aber ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen Puffer haben, für mich selber einfach, weil ich Sachen zum erledigen habe, und einfach als wenn ich dann eine Woche oder so nix aufnehmen muss, oder weil dann noch mal so ein Kanal, das mache ich jetzt nicht heiß, sondern morgen ist die grün, oder die schaut einfach nur so aus wie ein Milch, Bohnenzamen, oder nehm natürlich mit, Uranium, Uranium, sonst nix, so, dann werde ich gerne in den Tunnel da rein schauen, aber wenn da wahrscheinlich nix ist, das hätte wahrscheinlich schon schmelzen sollen, jo, das hätte schon schmelzen sollen, ich sollte jetzt einfach so denken zu mir, was ist denn da, das ist nochmal interessant, das finde ich nochmal sehr interessant, ich denke, da könnte man zu dem anderen hin, Gehen wir dann mal da, vier kurz, da habe ich auch keine Kisten gesehen, so ja, da, das brauchen wir unbedingt, das nehmen wir auch unbedingt mit, und dann schauen wir mal zurück, dann gehen wir in unser, mittel, kleine Base da, nimm mal kein Silizium, mehr Silizium finden, kann man eventuell, zwei Eisen, oh, lucky muss man sein, das machen wir echt lack irgendwie, okay, 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 das ist natürlich sehr gut so, dann schauen wir da noch ein bisserl weiter, aber ich denke jetzt mal nicht, dass das da, so zum Spaß so ist, oder da ist, muss ja irgendwas muss da sein, denke ich mal, oder wird wahrscheinlich irgendwas sein, oder so halber Sturm ist, oder so, oder so mal her, oder so schau mal her, oder so mal her, was zum hängern, eine riesige Sandfälle, lol das ist ja mal crazy also ich weiß jetzt auch noch nicht weil die Folge von gestern da haben wir ja den GPS-Satelliten aufgeschossen eventuell müssen wir mit mehreren aufgeschossen und halt auch wahrscheinlich an andere Positionen dass die Karten sich erweitern aber vielleicht muss man einfach pass aufgeschossen das kann natürlich auch sein wenn ich echt schüsse dann einfach zu einem Zeitpunkt aufheben oder schüsse dann aufheben, dass sie so ein Ding hier fliegen die können sich ja meistens nur ausrichten und so Schwefel, ach das wäre wahrscheinlich Schwefel-Dampf sein, da denke ich mal so wir brauchen aber hauptsächlich Iridium das heißt also was müssen wir jetzt mal aufhören da zeigtsam zu fahren was durchgeht das ist ja auch noch so eine Frage da kann man auch noch kurz hinschauen gehen wir noch mal kurz Sauerstoff auf und dann gehen wir da noch raus und dann schauen wir zurück weil wir brauchen unbedingt Iridium für unsere Raketen weil anders ist ja der Käse was brauchen wir eigentlich für dies Schwarzpulver ja genau das haben wir ja noch nicht wenn wir das machen das hätte sechsfache oder so an Dingen, an Leistung hätte man das geschießt gar nicht hm da ist noch Küsten aha gut versteckt da die Maison oh ja das ist natürlich natürlich Hochgrad da auch schöne Küsten ist ach ist das ich glaube ich weiß noch mal da das ist das Schiff oder ja das ist da wo du weißt das Schiff da sind die Fälle ne die anderen Seiten von dem Schiff haben wir da oh da sieht man das erste Mal wie groß die Teile sind es ist so zack da durchs Licht und so mhm mhm ok dann merken wir jetzt mal wie groß die Höhle eigentlich ist da merken wir jetzt mal wie groß das Schiff da ist krasse mhm mhm wir lassen uns auf alle Fälle dann richtig viel Meteoriten regnen dass wir Iridium zum Saufhörern haben und dass wir Uran zum Saufhörern haben weil wir brauchen wir so oder so das ändert ja nichts dran brauchen wir so oder so das ändert nichts dran mhm 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 so wieder genug mhm rappen rappen daben rappen dennoch daben rappen denn noch daben Dann hauen wir da noch Iridium rein. Hauen wir ein bisschen Iridium rein hier. Ok, jetzt müssen wir wieder kurz sein mit dem Schmarrl. Wo ist Iridium? Brauen wir Iridium, Iridium, Iridium. Ich glaube noch. Also wenn das mit Iridium mit Iridium genau so gut ist wie mit Moran, dann brauche ich es. Dann ist das ja richtig. Dann machen wir das bloß noch so. Weil die kommen dann vier oder fünf und dann droppt der übel Fall Zeig raus. Seid dann schon gegeben, muss man es schon sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe da Kisten gesehen. Aber ich glaube es war nicht so. Es war einfach bloß. Es war einfach nur Kobalt. Was wäre das, ob es hier ist? Aber ich hätte dann mal checkt, ob das da ist. Das müssen wir auch mitnehmen. er ist einfach immer nur so fehl das ist das problem dass wir noch gehen müssen weil weil unser wasser ausgeht weil ich kein wasser mitgenommen habe jetzt bin ich auch noch voll das nächste jetzt bin ich voll aber jetzt lassen wir auf alle fälle mal an den radium satelliten runter bei der ritten meteoriten hagel und dann lassen wir gleich im anschluss nur an oder oder lassen wir nur meinetwegen über zwei mal iridium und dinge zwar frau ist immer noch wie käme schwarz pulver herstellen wir brauchen höchstwahrscheinlich ein chip dafür dinge mal anders kann ich mir das nicht vorstellen jetzt weiß ich wieder für was wir das harz brauchen für das algen ding das algen ding brauchen wir das genau 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 naja den wollte man auch bauen ne mit meinem jungen von da habe ich auch nicht gemacht so brauchen wir nur uran uran brauchen wir jetzt brauchen wir glaube ich das ist doch kann man ja mal so nebenbei machen magnesium magnesium oder da braucht man super legierung ja lieber nicht machen wir gleich jetzt schauen wir erstmal was wir für die satelliten brauchen wir für die äh dings brauchen wir brauchen wir brauchen wir 4 super legierungen ok dann machen wir einfach so die können wir da nicht weg 4 super legierungen brauchen wir 4 super legierungen 4 super legierungen 5 1 Genauer 4 1 1 4 4 1 10 1 1 1 1 Silizium aus Für den Ohren braucht man Silizium Ohne braucht man Ding Okay So, ich muss mal zwei los schicken, ne? Nice Jetzt haben wir erstmal Iridium 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 must read Das muss jetzt erstmal aufgebaut werden, komplett So, jetzt Let's go Der hat gar nichts dran Aha Der eine hat so Solarpanels dran Der andere hat so goldene Panels dran Interessant Wenn's euch wundert Heid geht er übrigens Season in Diablo 3 Das war eigentlich Zufall Dass das heid sogar so ist Oh, der Himmandrori Interessant Das ist also vier hier schon mal Vier ist sicher nicht Oh, da gibt's noch mehr 5W 5W Oh, lol Du kannst die Dinger da Nein, kannst du nicht, oder? Der hat das nicht weggeballert, oder? Oder doch Ich glaub schon Ich glaub schon Da waren jetzt drei an einer Stelle aufgeballert Gibt's nur einer Gibt's nur einer Gibt's nur einer Oder nicht Nee Dann Woran Ja, der hat die Solarpanels dran Loll Loll Also da unten ist auf alle Fälle Da muss einer kommen Da drüben sind zwei Bei den Bohren sind zwei Einer gekommen Wer ist schon richtig viel Wasser jetzt hat Sehe ich jetzt erst Halt Erstmal Sauerstoff abholen Hallo Danke Sechsundzwanzprozent Ich weiß wo ist jetzt das Iridium, was da rein ist Das weiß ich nämlich gar nicht Einer Ich weiß gar nicht, wie ich hier Ich hab jetzt eben Ich hab jetzt Qualität Oder Die 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 so wirklich schwimmen ist nicht so seins merken wir schon schwimmen ist nicht so seins wieso momentan ist doch eher schlecht ne zum formen das Wasser ist schon nicht so nice ah lol ich auch nicht so ok ok ich hab da jetzt aber keine Ritium gefunden ne jetzt kommen wir zum anmerken 5 uran geht so geht so geil momentan ich stöte sehr dass ich das iridium nicht findet ich sage jetzt nicht dass uran wenig ist oder so weil ich weiß dass da noch mehr ist ich habe schon gemeint ich finde den iridium-satelliten nicht äh meteoriten nicht jetzt habe ich gerade ender befürchtet aber das ist ja nice richtig nice so wie mit dem uran mit rüden einfach nice neue baubler als sortgutstreuer ist natürlich nice für uns so jetzt gehen wir mal fuhren 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 in der bohren ok immer ist mein uran und so was ist das nicht dann weiß ich da eine hallo danke spiel eisen eisen magnesium ist nicht das ist künstlichen dinger der motor jetzt mal einer sommer der motor einer ok dann und das hat scheinbar oder so wo das natürlich jetzt ziemlich cool dass dort die sechs schluss ich sehe jetzt nicht wirklich dass dort die schluss die schluss natürlich cool aus wenn ihr da so ein stoner oder demaporen und aber das ist jetzt nicht so der sünder von aber iridium junge 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 gibt dir das for free ridium mehr oder weniger dann hat zwar fast auf einer stelle eingeschlagen dann gibt er das das war auch ein einziger einziger raketten da haben wir jetzt schon das baby mentafo wieder mit oder ist noch mehr das ist echt crazy jetzt hätte ich in der gewusst dass man mit der dingstation da das machen kann wenn das nicht bloß unter gebäude oder so war das ist ja eigentlich nicht bloß ein gebäude das sechste ist einfach ultra weit eigentlich wo das zeug noch liegt da hinten ist auch noch ein leichter oh ja wir gehen wir zu dem da haben wir glaube ich schneller da also haltet euch die raumstation wenn sie es noch nicht habt vielleicht bin ich bloß ultra lake wenn damit ich einfach blöd bin aber leute 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 so da haben wir noch oh da ist auch noch oh oida leute de leute de eine Und mir ist jetzt ein Witz davon weggekommen was wir gerade abgeschossen haben. Oje, da kann bloß noch 3 aufnehmen. Jetzt ist ich mir gedacht, dass wir das ganze mit Tau von Iridium und Uran haben. Also ich nicht. Gibt es euch das? Und da, da liegt einfach überall noch Zeit rum. Aber ich glaube, dass sogar die Sterne da die spawnen nach der Zeit irgendwann. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt damit? Machen wir jetzt die Atomkraftwerke? Also ich würde gerne ein Index besser machen. Aber das kann ich nicht machen. Hmm. Ich kann mir jetzt einmal schauen, was haben wir noch nicht gemacht haben. Vor allem das ist leichter, so richtig geil grün. So wie man sich das vorstellt bei so einem Ding. So richtig. Richtig grün. Also der Kontrast einfach von diesem. Indudor RTX oder Raytracing aktivieren kannst. Oje, da stell mir vor wie crazy das ausschaut. Ja, das ist alles. Okay. Okay. Jetzt dafür brauchen wir. Stopp. Stopp. Superligero. Okay. Okay. Jetzt machen wir noch zwei Stäbe. Wir haben natürlich Plottsporn da aus. wieder ein anderes Zeug. Ui, da vorne. So. Also was haben wir jetzt noch nicht gebaut? Die sind Deko-Sahnen. Beziehungsweise die, wo man nicht unbedingt braucht. Schredder-Maschine. Ich weiß nicht, wie man Schwarzpulver kriegt. Außer vom Finden. Das ist ja das nächste, ne? Schauen wir mal da. Saatgutstreuer. Den haben wir noch nicht gebaut. Grasstreuer. Saatgutstreuer. Dünger. Drei Wasser. Oh, super. Liege hier rum. Wir haben glaube ich keine mehr Lagerung. Oh, wir müssen mal wieder Kobalt formen gehen. Sehe ich gerade. Da haben wir sogar Eisen mehr als Kobalt. Das brauchen wir nur für den Magnesium und Dünger. Wo haben wir einen Dünger? Ja, Ohren. Magnesium war... Da. Gehen wir natürlich auf unsere Freiflächen. Wo wir einmal Raketen starten. Ah, drei Wasserflaschen. Drei Wasserflaschen brauchen wir noch. Die haben wir natürlich ziemlich safe haben wir die. Oh. Ja, wurscht. Hätten wir nur mehr Wasser, wenn es ist. Ich mach glaube ich einiges größer, ja. Okay. Hey, kann man da auch was rein tun? Ne, da kann man nix rein, da. Saatgut. Brauche ich es, dass das jetzt die... Biolabor... Ah, jetzt können wir das Biolabor machen. Hm. Vielleicht... Ah, wahrscheinlich kann man im Biolabor Dingens machen. Aber was jetzt noch ausprobieren möchte. Äh... Ne, jetzt nicht unbedingt das haben da rein, oder? Haben wir da noch andere? Ja. Haben wir dabei, gell. Natürlich können wir beide rein, oder bloß einen. Aber ich glaube, dass wir nur das in dem Ding machen können. Ja, genau. Die Storner, die spawnen mit der Zeit. Sehr praktisch. Ah, ja. Das hab ich mir schon fast gedacht. Das hab ich mir schon fast gedacht. Okay. 240. Oh, jeder. Der macht 108, oder? Ja. Und der macht heute Wiesen. Nur Wiesen. Na. Biolabor. Biologie und Chemie aber ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Oh, aus mir. Aus mir. Superlegierung. Dreimal. Okay. Ja, das äh. Kann man schauen. Aber ich glaube, dass wir keine 3 Superlegierungen machen können. Glaub aber, wegen. Hallo. Jo. Guck mal. Die Schirine. Die Schirine. Die Schirine. Also. Das brauchen wir auch eine Superlegierung. Eine brauchen wir nur dafür. Die machen wir jetzt noch. Kobalt war das, was wir fast noch machen, ne? Kobalt und Ding ist beides so. Oh, Silizium. Hey, durch Silizium. Da waren wir noch drin. Äh. Was brauchen wir nur für den? Einmal Magenisum extra. Dann brauchen wir eine Oberschiene. Eine Oberschiene. Eine Oberschiene. Ein so'n... Ich baue jetzt noch gleich ab, Alter. Was brauchen wir nur? Einmal Wasser. Und schon können wir es bauen. Da haben wir inzwischen ein relativ großes Wasser Ding da hinten haben. Okay. 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 Schaut gut aus. Well, well, well. Oh, jetzt geht das auch schon richtig. Alter. Jetzt geht es wieder an. Jetzt geht es wieder an. Jetzt geht wieder an. Wir haben bei... Bei 0,01. Das wurde zertickt. Eiei. Oh, Alter. Seht man jetzt, dass da schon... Alter. Da sieht man jetzt schon was. What the hell, Alter. Ich hab' glaube, man hat da einen Baum gewachsen. Weil das so fett war. 100 Prozent. 100 Prozent. Sauerstoff Multiplator. 150. Hä? Warte mal. Die geben im Unterschied einen Multiplikator. 200 Prozent. 300 Prozent. 400. Ja, lol. Warte mal. Warte mal. Denken wir mal bloß noch einen Dünger. Wir haben bloß noch einen Dünger. Den können wir erstmal, wenn wir das Chemie da bauen. Oh, lol. Jetzt haben wir natürlich die Sonderreihe, Alter. 400 Prozent. Doppel so viel wie jetzt. Loll, Alter. 644. Da weiß jetzt gleich was los ist. Jo, Alter. Warte mal. Warte mal. Warte mal für den auch Super League genommen braucht. Nee, ne? Oh, da haben wir keinen Dünger drin. Ich weiß, wo ein Dünger ist. Hey, wir bauen nur so einen fetten. Auch wenn es gleich. Sie sind eigentlich auch Geld von Diablo. Nichts wurscht. Ich tue jetzt erstmal das noch fertig machen. Warte. Wie brutal ist denn das Alter? 400 Prozent. Auf das hab ich noch gar nicht geschaut. Lol. Hätten wir ja schon viel Ender, viel krassere Sachen nachkennen. Ich hab einfach immer irgendwas eingebaut, weil ich es gar nicht gescheit angeschaut hab. Irgendwann, das ist es wurscht. Lol, Alter. So. Magnesium und Super League. Brauchen wir. Brauchen wir mal Kobalt. Brauchen wir auf alle Fälle noch. Jetzt haben wir fast nimmer. Hier haben wir bloß noch ein einziges Alu im Ding drin. Hm. Ok. Nächsten Montag schauen wir auf alle Fälle. Da hinter die. Ich weiß noch nicht wann ich es aufnehme. Aber ich glaube nicht, dass ich es allzu lange warten werde. Weil mich das schon hart triggert jetzt gerade. Ich bin schon ganz schön. Oh, ich mach mal ein bisschen mit. Da muss ich den Kisten rein. So. Äh. Genau. Oh, Alu brauchen wir. Was ist da hinten. Drei Wasser brauchen wir. Was ist da hinten? Alter, das ist so crazy. Macht 600, macht das. Ist derzeit. Macht fast 1000. Jetzt gelangt der Strom wieder nicht mehr. Ich hab das andere nicht mehr dabei. Nein, ich hab bloß das was maximal mitgenommen. Genau, genau, genau. Da brauchen wir viel mehr Zeug. Schau mal, wie viel Strom das uns fehlt und dann checken wir das noch kurz ab. Strom. 5, irgendwas. Es bringt 19,5. Es bringt 6,5. Reicht dabei. So, das maximale was wir haben ist 200, 300. Deswegen haben wir ein doppelst Limas haben. Deswegen. Wir haben auch keine Vegetubes mehr, ne? Ich glaube, ich habe noch mehr draußen. Nein, da haben wir alle abgebaut. Gut. Und dann haben wir da noch eine. Ey, das ist das crazy. Das ist ja ultra crazy. 483. Das ist ja ultra crazy. Schauen wir mal, wie viel produzieren wir jetzt. Das ist ja die... Halt, da ist es. Sauerstoff. 1700. 1800 Luftdruck. Nanopascal. 15,15 Gramm pro Sekunden Biomasse. Stimmt Da hat er jetzt bestimmt mal was freigestellt Ja Ah, das steht aber doch bloß Das ist frei Aber das müssen wir wahrscheinlich in den Bauen Oder? Schaut mir irgendwie schon so aus Hm Okay, ja Das müssen wir also Das schauen wir uns auf alle wieder dann nächstes Mal an Wie und was wir da machen Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Ich lasse mich jetzt einmal kurz Zeit dazwischen Dass ich mich nicht direkt gleich wieder mache Aber langsam Langsam wird es bei uns da Sag ich mal Okay, also Links oben geht es zum letzten Upload Links unten zur Planet Crafter Playlist Da rechts geht es zurück zum Kanal Also HWDRD Bis zum nächsten Mal